update sport heute zum letzten mal vor der wm pause geht es um die formel 1 in monaco es geht um das champions league finale zwischen real madrid und dem fc liverpool und wir blicken schon mal voraus auf die deutsche fußball nationalmannschaft wie steht es um manuel neuer und damit herzlich willkommen zu update sport am heutigen donnerstag nein heute ist sonntag so viel muss ich dazu sagen zum heutigen sonntag hier bei der show tv auf unserem youtube kanal und auf unserer homepage auf der show tv ein ganz herzliches willkommen zu unserem update jede woche sonntag in sachen sport ich habe jetzt kann auch irgendwie meine anmoderation vergeigt aber egal ich begrüße euch ganz einfach zu dieser sportsendung zur letzten sendung vor der sommerpause oder von der wm pause wie man das auch immer nennen kann dazu später am ende dieser sendung mehr jetzt aber erst mal geht es um die formel 1 die formel 1 hat aktuell im fürstentum monaco halt gemacht heute mittag beziehungsweise im laufe dieser sendung läuft das rennen schon derweil aber wir reden oder wir können halt nicht über das rennen reden weil das ja eine aufgezeichnete sendung ist und nicht live ist sondern wir reden über das qualifying was passiert ist red bull hat hier sagen wir mal glück und pech zugleich gehabt denn einerseits hat es den niederländer max verstappen mal wieder weggehauen bei einem unfall gegen die wand so kann man das ungefähr sagen ihm ist gott sei dank nichts passiert das muss man auch schon mal sagen muss er nun vom letzten startplatz nun starten aber für seinen teamkollegen daniel ricardo lief es erfolgreich so viel kann man dazu sagen denn der australier hat sich die pole position geholt den ersten die erste startreihe von platz 1 aus oder von der startnummer 1 startet er der australier zum zweiten mal damit überhaupt in seiner formel 1 karriere hat er sich damit dann eine forder in der vordersten reihe zusammengesetzt damit startet im sechsten startet im sechsten saisonlauf vor formel 1 vor den vorfahren vor den ferrari fahrern sebastian vettel und louis hamilton dem wm spitzenreiter und amtierenden weltmeister nachdem er dann sebastian vettel in den beiden sessions vor louis hamilton rangierte drohte er dann am schluss den zweiten platz auch noch zu verlieren doch mit einer mit seiner letzten runde konnte er sich noch mal an den briten vorbeischoben denn ricardo selbst sagte dazu zitat wir haben bisher alles richtig gemacht jetzt müssen wir den job nur noch zu ende bringen vettels teamkollege kimmy ray können wurde vierter dahinter startet dann entsprechend hamiltons teamkollege valtteri bottas ebenfalls im mercedes nico hülkenberg ein weiterer deutscher startet mit seinem reno von platz elf hinaus und max verstappen das haben wir schon gesagt das wird er wohl ins der letzte startplatz sein mehr auch nicht so viel dann zur formel 1 ausführlich gibt es einen artikel auf der show tv de wo wir dann über das formel 1 rennen noch mal etwas berichten werden dann kommen wir jetzt zu unserem thema der woche es ist eigentlich das thema des wochenendes und zwar nämlich das champions league finale zwischen real madrid und dem fc liverpool wer es gestern geguckt hat war einerseits natürlich sauer aber wahrscheinlich auch einerseits erleichtert oder auch froh je nachdem wer vivas fern war oder wer für wen die entsprechende mannschaft halt auch war entschuldigung hier schwitze ich schwitze so sehr auch wenn der ventilator an ist ja real madrid gegen den fc liverpool für real madrid gefühlt schon das tausendste mal im champions league finale und man hat das geschafft was keine andere mannschaft nun geschafft hat man holte zum dritten mal hintereinander die uefa champions league das letzte mal dass das passiert ist damals hieß die champions league dann noch europapokal der landesmeister und es war damals der fc bayern münchen von 1974 bis 1976 damit sind real und dort und die bayern in diesem rekord auch gleich im finale in der ukrainischen hauptstadt kiew haben die königlichen die reds mit drei zu eins weggehauen die tore kam einmal von karim benzemar und zweimal von gareth bale geradewegs das zwei zu eins von gareth bale war ein richtig gutes 21 richtig gutes tor der verlierer des abends war entsprechend der fb nicht nur der fc liverpool an sich sondern auch lorius karius der lorius karius der nämlich zweimal einen schweren patzer gemacht hatte jürgen klopp sagte danach bei sky es tue ihm sehr es tut mir total leid für ihn zitat das wünscht man seinem schlimmsten feind nicht das ist wahnsinn das ist ganz ganz hart schon vorher musste liverpool einen schlimmen schock verdauen es ging nämlich um den ägyptischen shooting star mohammed salah denn er ist bei einem zweikampf in der 30 minute mit sergio ramos nämlich verletzt worden salah habe sich eventuell die schulter gebrochen sagte klopp nach dem spiel ebenfalls bei sky nun droht dem shooting star oder sagen wir mal ja den shooting star der englischen premier league nämlich auch das wm aus denn ägypten ist ebenfalls für die fußball-wm qualifiziert ramos hakte sich nämlich im fallen rechts bei salah ein er krachte heftig auf den ägyptischen nationalhelden der sich dann dabei extrem schmerzhaft an der linken schulter oder auch am schlüsselbein verletzte und hat dann unter tränen dann dass das spielfeld verlassen die realmannschaft von unter anderem auch toni kroos der sich im übrigen freuen kann denn er ist nämlich der der erfolgreichste deutsche fußballspieler der nämlich viermal die champions league gewonnen hat dreimal jetzt schon der war mit real madrid in den letzten drei jahren lustigerweise und dann vor fünf jahren das erste mal mit dem fc bayern münchen und damit hat er dann auch quasi die bayern ikonen franz beckenbauer uli hoeneß sepp meyer und gerd müller vom ersten platz verdrängt sie holten wie schon gesagt zwischen 74 und 76 ebenfalls die champions league die damals ja noch hieß europapokal der landesmeister christiano ronaldo hatte am ende damit kommen wir so so langsam dann auch zum ende des spiels damit auch angedeutet eventuell wohl die chance nicht nur in den jahr den champions league sieger verlassen zu wollen er sagte nämlich es war sehr schön bei real madrid zu sein das sagte er beim sender b in sports in den nächsten tagen werde ich den fans die immer an meiner seite waren mehr sagen und eine antwort geben auf nachfrage was das bedeuten sollte sagte ronaldo die zukunft eines spielers ist nicht wichtig wichtig ist dass wir geschichte geschrieben haben also entsprechend bedeutet das etwas entweder vielleicht eine längere verpflichtigung oder sogar ein abschied von real madrid ist deutet er es deutete gestern auf diese reaktion eher darauf dass er das real madrid wohl verlassen werden ebenfalls kam auch der valisa gareth gareth bale ebenfalls dazu ebenfalls dazu und hat sich auch quasi für einen abschied geäußert er wurde ja für 100 millionen euro das muss man auch noch mal sagen ja damals zu den königlichen geholt zitat bei bt sports da da jetzt beim sender bt sports ich muss woche für wochen spielen das ist diese saison nicht geschehen ich muss mich im sommer mit meinem berater zusammensetzen also hier deutet sich eventuell auch wohl ein abschied an ob das wirklich so passieren wird das wird man wohl noch sehen können oder halt auch nicht und zum vierten mal geht nun dann auch das kann man wohl sagen sagen seit 2014 geht damit beide europäische titel denn auch die europa league ist ja schon entschieden das hat ja atletico madrid gewonnen gehen nun beide wieder nach spanien diese beiden mannschaften werden sich dann auch nach der wm im august glaube ich dann sich zum ueva supercup treffen der dann auch noch irgendwo ausgetragen wird sportlich am rande gab es am ende noch einen kurzen flitzer der quasi verhindert hat dass ronaldo überhaupt ein tor geschossen hat ich weiß jetzt nicht wie er sich dabei gefühlt hat dass ronaldo entsprechend kein tor schießen konnte aber es hat sich halt so ein bisschen angefühlt dass christiano ronaldo entsprechend halt nicht dieses tor machen konnte und somit ist ein 4 zu 1 wohl ausgeblieben nun entsprechend gab es dann halt am ende das 3 zu 1 für die devils nicht für die für die königlichen die red devils sind entsprechend dann ja leider ausgegangen mit dem zweiten platz auch wieder für jürgen klopp denn vor fünf jahren vor gestern vor fünf jahren hat er ebenfalls nur den ja die silbermedaille quasi gekriegt damals im deutschen finale in wembley gegen bayern münchen mit borussia dortmund das ist das endergebnis zwischen den beiden zwischen den beiden kontrahenten also man sieht es deutlich die uefa champions league saison ist damit vorbei neben ab neben dran kann man sagen für die die kein abo von sky und von the zone besitzen ist das die letzte champions league im übrigen auch im frei empfangbaren fernsehen in deutschland gewesen denn in der nächsten saison wird in deutschland nämlich die uefa champions league komplett ins bezahlfernsehen verschwinden wie ihr das nun dann gucken könnt da schaut euch noch mal die update medien ausgabe von gestern an ja so viel dazu eure meinung gerne auch zur champions league in die kommentare und gleich kommen wir zur fußball-wm schon ein kleiner vorgeschmack auf das was uns in gut drei wochen nein nicht mehr drei doch in gut drei wochen uns bevorsteht himmela schon zu hören a ist es heiß und b ich bin durcheinander es ist sonntag ja also noch einmal gleich geht es um die fußball-wm und da geht es wie schon gesagt da blicken wir auf die deutsche nationalmannschaft besser gesagt auf manuel neuer der dfb-kapitän und keep nationalkeeper kommt nur mit wenn er die nummer kommt nur nach russland mit als nummer eins so viel dazu wir kommen aber jetzt erst mal zu weiteren meldungen aus dieser woche und die nennen sich news der woche und die kommt von cedric schweden ist bei der asocke-wm zum elften mal asocke-weltmeister geworden im finale haben die schweden gegen die schwarzen mit draht zu zwei nach penalty schießen ihren titel verteidigt gustav nyquist und wikert sabban jetzt sowie flip force back schossen nach zweimaligen rückstand sowie im shootout dem triumph heraus im spiel um platz drei haben die usa gegen kanada mit 4 zu 1 gewonnen der vfl wolfsburg gewann das relegationsrückspiel gegen holstein kiel mit 1 zu 0 das hinspiel haben die wölfe mit 3 zu 1 gewonnen robin knoche traf für den bundesligisten in der 75 minute nach einer ecke von maximilian arnold per kopf zum auswärtssieg und damit auch zum klassenerhalt das ganze team hat sich in den letzten drei spielen gesteigert und ist zusammengerückt ins sieg haben wir heute verdient nicht nur wegen mir oder robin sagte arnold nach dem spiel nun soll labadjat mit dem neuen sportchef jörgen schmatke die wölfe wieder zur alten stärke zurückbringen für kiel ist es eine herbe enttäuschung nach einer überragenden session muss man nun weiter in der zweiten bundesliga verblaben im fußball sind in der vergangenen woche mehrere trainer ausgewechselt worden der fc arsenal london hat dann nachfolger für arsene wege nahe gefunden der spanier unai emarie wird die nachfolge antreten gab der englische fußballverein bekannt er war vorher trainer bei paris saint germain der jetzt vom deutschen trainer thomas tuchel trainiert wird der basket holte mit psg den französischen meistertitel und den pokal und gewann mit dem spanischen erstligisten fc sevilla dreimal in folge die uefa europa league von 2014 bis 2016. lucille favre wird neuer trainer von borussia dortmund der schwarze bekommt einen vertrag bis zum 30 juni 2020 und übernimmt zum ersten juli die schwarz gelben in der bundesliga ist das 60 jährige kein unbekannter er trainiert unter anderem hertha bsc und borussia mönchengladbach bisher hatte er den französischen fahrraden occ nizel trainiert der ehemalige bayern trainer carlo ancelotti wird neuer trainer des italienischen fahrrad ssc neapel er wird nachfolge von maurizio sari der wohl neuer trainer in st bettersburg wird der italiener bekommt einen drei jahresvertrag und soll nach medienberichten zur folge 6,5 millionen euro pro saison netto verdienen vorher hatte der 58 jahres abgelehnt die italienische nationalmannschaft zu trainieren ancelotti wurde endet september 2017 barbara münchen nach der 0-3 niederlage in uefa champions league entlassen für die fußball europameisterschaft 2020 die zum ersten mal in ganz europa stattfinden wird wurde das spielplan vorgestellt so wird auch die allianz arena in münchen drei gruppenspiele und ein viertelfinale austragen dürfen das hat die uefa nun bekannt gegeben am 16 20 und am 24 juni 2020 in der bayerischen hauptstadt wird es jeweils ein gruppenspiel geben in münchen wird als auch spiele in rom barco st petersburg kopenhagen amsterdam bucharest london glasgow und bibel bau sowie dublin und budapest geben das eröffnungsspiel bei der fußball em 2020 wird am 12 juni in rom angepfiffen die beiden halbfinalspiele 7 und 8 juli und das finale am 12 juli finden in der englischen hauptstadt statt das waren die news der woche und jetzt zurück zu wade vielen dank cedric für diese meldungen aus dem sport also neue trainer in london bei arsenal bei der anderen vereine noch mal neapel und dortmund glückwunsch an dieser stelle da werden wir euch auch während der fußball wir im auf dem laufenden halten dazu gleich mehr beziehungsweise später denn das waren die news der woche wie immer gibt es die news auch auf der tv.de wir kommen damit dann zu unserem letzten thema und damit blicken wir auf die fußball wm wm jahr 2018 und für jogi löw stellt sich die frage nämlich manuel neuer mit oder nicht das ist nämlich diese große frage die sich uns wahrscheinlich auch uns allen uns deutschland fans sich halt auch beschäftigt geradewegs hat aber auch manuel neu an einem interview mit der ard gesagt neuer fährt auch nur mit wenn nämlich wenn er nämlich ja nur dann nur als nummer eins also bedeutet wenn er nicht fit ist fährt er nicht mit jemand anderes macht dann den job so viel kann man dazu sagen er sagte ja das denke ich schon wenn er dabei sein wird dann wird er sicherlich spielen bedeutet neuer ist als nummer eins gesetzt wenn er fit genug ist man muss natürlich sagen manuel neuer hatte schon lange kein spiel mehr bestritten bisher nur training reha und sonstiges und sich ausruhen müssen denn das letzte spiel was er unter anderem für den weltmeister getan hatte war schon eineinhalb jahre her und zwar nämlich im oktober 2016 in der wm qualifikation gegen nordirland also das ist schon richtig lange her trotzdem es ist wie schon gesagt die voraussetzung dafür dass manuel neuer halt gesund sein muss also sein mittelfuß muss halten und der bundestrainer und neue hatten auch zuletzt betont dass es undenkbar sei dass er torhüter ohne spielpraxis in die wm gehe bevor joachim löw dann am 4 juni seinen offiziellen wm kader vorstellen muss gibt es nur ein test spiel und zwar nämlich am 2 juni gegen österreich und da wird sich wahrscheinlich neuer dann wohl beweisen müssen jerome boateng auch einer aus dem bayern lazarett so kann man das sagen stellt sich die frage ohnehin nicht wer im kasten des dfb stehen wird er sagte dem kicker manuel ist der beste torhüter der welt die anderen sind auch sehr gut mark andré testegen hat sich super entwickelt aber manu hat eine andere ausstrahlung als jeder andere das ist überhaupt keine abwertung der anderen aber manu ist eben manu manu ist damit manuel neuer gemeint ja der nationalmannschaftsdirektor oliver bierhoff sagte deswegen im zdf sportstudio auch dass testegen eine entscheidung pro neuer professionell aufnehmen würde er ist profi genug um das auch zu verstehen würde aber trotzdem bedeuten wenn nämlich manuel neuer nicht zur fußball-wm mitfährt würde bedeuten dass joachim löw ihn nicht nominieren wird beziehungsweise rausgenommen wird sollte mark andré testegen dann einfach die nummer eins werden und kevin trapp und bernd leno würden dann mit dazukommen aber im falle einer wm teilnahme neujahrs müsste dann natürlich der bundestrainer bernd leno oder kevin trapp wohl auch raus streichen ihr könnt gerne in den kommentaren schreiben was ihr dazu natürlich was ihr davon hält ob kevin trapp mit raus gestrichen wird oder doch bernd leno oder doch sogar manuel neuer schreibt euch gerne in die kommentare das würde ich von euch wissen löw ist da aber auch sehr cool drauf der bundestrainer sagte ich habe auch keine bedenken mit mark andré testegen als nummer eins ins turnier zu gehen also wir müssen uns da keine sorgen machen dass die dass das fußgelenk der nation oder der mittelfuß der nation nämlich der von manuel neuer nämlich nicht halten wird und wenn dann wird es halt auch etwas extrem schwer sein trotzdem in südtirol im trainings lager arbeitet neuer weiterhin an sein comeback wie er dann trotzdem noch bevor die wm losgeht spielpraxis sammeln wird außer das turnier beziehungsweise außer dem spiel gegen österreich das wird man halt auch noch irgendwie sagen aber es heißt dass er einen sehr guten eindruck macht so wenigstens der assistent von joachim löw und markus und sorg entschuldigung da hat sich jemand anscheinend über mein handy gemeldet machen wir mal zack und zack und das reicht dann auch und so viel kann man da noch dazu sagen aber wie schon erwähnt das ganze könnt ihr aber auch noch anders mitbekommen und zwar beim wm update ja und damit sind wir dann auch am ende dieser heutigen update sportsendung denn das ist die letzte update sportsendung vor der fußball wm gewesen und auch die vor der sommerpause wir werden jetzt ungefähr sechs sieben wochen kein update sport hier produzieren bedeutet dass der sonntag slot ab nächste woche ab dem dritten juni also jeden sonntag dann bis zum 15 juli für das wm update nämlich dann fragt zur verfügung stellt auch jeden sonntag um 15 uhr auf youtube und auf unserer homepage der tv das so als kurze information wir werden im wm update unter anderem auch über die fußball über die deutsche fußball nationalmannschaft berichten das wird der hauptfokus sein natürlich werden wir auch über die spiele berichten über einzelne spiele halt auch wir werden uns eins aussuchen nehmen das was dann noch für die deutsche nationalmannschaft ansteht oder angestanden hat das so als kurze information und natürlich werden auch neue news der woche dazu kommen die dann halt außerhalb des der fußball wm halt auch noch mal im fokus stehen aber auch die fußball wm an sich und auch russland stehen im vordergrund deswegen bei diesem turnier apropos turnier es wird nächste woche samstag auch schon ein fifa turnier geben ein fifa 18 turnier mit dem computerspiel fifa 18 für die die das nicht kennen aber ich bin mir sicher unsere zielgruppe hier beziehungsweise unsere zuschauer kennen fifa 18 für pc playstation 4 und xbox one das fußballspiel mit dem cover von cristiano ronaldo in diesen tagen erscheint ja das wm update dazu und da wird es nämlich folgendermaßen ablaufen dass wir nämlich nächste woche samstag am 2 juni nämlich ein tag vor dem start des wm updates bei nerdstar tv nämlich bei unseren kollegen lieben kollegen aus bielefeld schönen groß an dieser stelle werden wir nämlich dort ein kleines fifa 18 turnier veranstalten die kollegen unsere lieblingsnerds sind ebenfalls mit dabei außerdem dann auch noch die redaktion von motek tv für die vielleicht nicht kennen den ein oder anderen vielleicht mit seiner sendung moref was ja auf einer vision läuft und natürlich auch unsere kollegen von spielewiesel punkt net die ebenfalls mit dabei sind und auch die nerdstar community darf an dieser stelle nicht fehlen die nerdstar family das alles nächste woche samstag ja nächste woche samstag am 2 juni bei nerdstar tv uhrzeit und alles andere gibt es dann nochmal dann auch schriftlich auf unserer homepage auf derchotv.de ne das ist unsere e mail adresse na gut ich muss noch da ist sie ich muss noch damit klarkommen wie das ganze aufgebaut ist damit sind wir dann auch am ende und damit war es das für update sport für diese woche die nächste update sport ausgabe wird es erst am 22 juli geben also in gut zwei monaten das bedeutet wir werden vorerst mal die sport berichterstattung nur auf unserer homepage haben am ersten juli also das heißt mitten in der fußball wm startet auch wieder unser täglicher transfer ticker und unsere transfer news des tages die immer von montag bis freitag die hatten wir auch schon in der winter transfer periode nun auf derchotv.de starten und am 31 august wird entsprechend auch dazu was geben aber bis dahin müssen wir noch hin und jetzt gibt es aber erstmal die fußball wm und update sport verabschiedet sich jetzt in die sommerpause nächste woche dann an dieser stelle hier ab der das wm update und dann wünsche ich euch noch einen guten start in die neue woche morgen an dieser stelle um 11 uhr dann auf unserem youtube kanal pokémon hartgold bis dahin tschüss